Wir leben schon in einer sehr spannenden Zeit. Wenn ich mir das vorstelle, dass jetzt unsere, das dauert nicht mehr lange, dann können wir beim Autofahren Zeitung lesen und können uns unterhalten und das Auto fährt uns dahin, wo wir es vorher eingegeben haben, alles selbstständig. Vielleicht brauchen wir auch gar nicht mehr reisen, weil wir über virtuelle Realitäten Dinge eingespielt bekommen in unser Gehirn oder über Sehnerven in unser Gehirn, das uns ganz andere Gegenden vorspielt, als in denen wir uns befinden. Ich weiß es nicht, wohin das geht. Gesellschaftlich werden wir unterschiedlichste Entwicklungen haben, die gar nicht voraussehbar sind. Familienstrukturen, wenn es überhaupt noch solche gibt, werden ganz anders ausschauen als heute. Das Einkaufen wird anders ablaufen. Auch, ich nenne jetzt schon, Sie merken das, ich nenne jetzt schon ein paar Dinge, die das Bauen auch entscheidend beeinflussen werden. Wie gehen denn Städteplaner zukünftig dran? Bisher hat man schon so gewusst, naja, man braucht ja bestimmte Dichte, um auch noch Lokale und Läden ansiedeln zu können, die dann zu Fuß erreichbar sind. Wenn jeder über Internet einkauft, dann braucht man auch das nicht mehr. Also das wird auch Veränderungen. Arbeitswelten werden sich verändern. Ob noch diese Teilung in Verwaltungsgebäude und Wohngebäude, oder ob das nicht alles viel näher zusammenwächst, kann kein Mensch wissen. Wenn Sie gestern die Süddeutsche Zeitung das Feuertuch gelesen haben und das Bild angeschaut haben, es gibt in München eine sogenannte Tonnenhalle. Das ist die Paketposthalle. Die war im Gespräch als neues Kulturzentrum mit einem neuen Saal für die Philharmoniker. Das ist dann gescheitert. Aber jetzt gibt es ein Konzept, diese Halle, die ja eine Spannweite hat, die weltgrößte Stahlbetonspannkonstruktion, die damals realisiert wurde. Und jetzt baut man da auf diese Hülle drauf, baut man Häuser. Kleinere Häuser, ganz unterschiedlicher Art. Und unten drunter macht man Freizeitzenter und Erholungsbereiche, Hotel, alles möglich. Spannend. Wenn Sie dieses, allein dieses Bild, brauchen Sie gar keine Beschreibung dazu, dann sagen Sie, Mensch, das könnte tatsächlich so die Zukunft sein für uns. Es weiß kein Mensch, wohin das geht. Und mein Großvater, der noch mit Ochsen aufs Feld rausgefahren ist zum Pflügen, der hat immer gesagt, naja, als so die Motorisierung in der Landwirtschaft kam, hat er gesagt, jetzt brauchen wir da nichts mehr zu arbeiten. Und eigentlich hat er ja recht gehabt. Denn er hat mit zwei Ochsen am Tag ein Tagwerk bestellen können. Und heute, wenn einer so ein Fendt hat mit 350 PS und der bearbeitet am Tag 1.000 Tagwerke. Also das ist 1.000-fache. Also hat er ja recht gehabt, wenn er sagt, wir brauchen nichts mehr arbeiten in der Zukunft. Ein bisschen was tun wir noch. Aber wir denken schon darüber nach, über Robotersteuer. Also das heißt, wenn jetzt Leute nicht mehr, dass wir nicht mehr die Arbeitskraft der Menschen besteuern, sondern dass wir Dinge, die automatisch passieren oder Roboter für uns erledigen. Wir denken darüber nach, die Schweiz hat das angestoßen, über ein Grundeinkommen für jeden Menschen. Also das sind schon, weil wenn nicht mehr genügend Arbeit da ist und dann, aber irgendwo müssen wir ja abgesichert sein. Ich meine, wir haben ja das im Prinzip schon, zumindest im europäischen Bereich. Das sind schon Veränderungen. Und die Frage ist, wie reagieren wir im Bauen-Bereich? Bis jetzt hat uns ja im Bauen die Technik unheimlich viel ermöglicht. Wir bauen jetzt Häuser, die sind, wir haben so ein hohes Maß an Komfort, nicht nur in unseren Häusern, sondern überall in unserem Leben, auf das wir zurückgreifen können. Wir haben ein hohes Maß an Sicherheit im Automobilbereich, im Gebäudebereich. Ich frage mich manchmal, ja wo geht denn das noch hin, dass wir heute schon Gebäude, die wir vor 20 Jahren gebraut haben, nicht mehr richtig nutzen dürfen, weil da einer kommt und sagt, aber die Sicherheitsvorschriften und das erfüllt doch vielleicht nicht alle Sicherheitsvorstellungen, die so unsere Gesellschaft entwickelt hat. Da hat es einmal den Karl Valentin gegeben und der wollte ein meteoritensicheres Haus kaufen. Und dann hat er sich hier auf die Suche gemacht und dann hat er da gefragt, als er so die Anosen gelesen hat, als er hingegangen hat, gefragt, ist das Haus auch meteoritensicher, der das verkauft hat? Und dann war er ganz erstaunt und hat gesagt, also da habe ich mir noch überhaupt keine Gedanken gemacht, ob das meteoritensicheres, denn so ein meteorit, der fällt doch, ist doch ganz unwahrscheinlich, dass der einfach so ausfällt. Ja, hat er gesagt, seht ihr, genau um das geht es. Hat er gesagt, mir geht einfach Sicherheit vor Wahrscheinlichkeit. Und so kommen mir verschiedene Dinge auch in unserer Gesellschaft vor, dass wir Dinge schon bis in ganz extreme Bereiche treiben. Und jetzt haben wir ja viel erreicht. Wenn ich mir vorstelle, allein der Komfort in unseren Gebäuden. Als ich zur Schule gegangen bin, also ich bin in der Schule gegangen, da hat es zwei Räume gegeben und auch nur zwei Lehrer, da waren jeweils vier Klassen zusammen. Mein Gott, das hat auch funktioniert. Sie werden sich jetzt fragen, was hat das mit dem Bauen zu tun? Ja, das hat sehr viel damit zu tun. Wir haben nämlich einen Ofen gehabt an der Eingangstür und auf der anderen Seite eine Verglasung, Einscheibenverglasung. Können Sie sich vorstellen, was in dem Raum passiert ist? Da außen war es saukalt und da ist die kalte Luft runtergefallen und innen hat man um den Ofen noch einen Strahlungsschirm rumsetzen müssen, damit man halt nicht halb verbrannt ist da drin. Heute sind überall die gleichen Verhältnisse über den ganzen Tag und es darf nicht ziehen und Temperaturen sind gleich unten und oben und überall also ein unheimlicher Fortschritt, was wir erreicht haben. Energieverbrauch haben wir auch keine mehr. Jetzt bauen wir Null-Energiehäuser, Plus-Energiehäuser, Aktiv-Plus und Aktiv-Häuser. Und ja, also wir sind doch auf einem sehr guten Weg. Und dann stellt man plötzlich fest, ich war vor 30 Jahren in einem Wettbewerb einbezogen, ein Wettbewerb für ein Gymnasium in meiner Heimatgemeinde im Osten von München. Und da hat sich das dann zum Schluss, in diesem Wettbewerb haben sich zwei Lager gebildet. Das eine, das war so ein Lager, da ging es um einen Entwurf, der war vom schulischen Ablauf her optimal, haben so die einen behauptet. Und das andere war ein relativ einfaches Konzept, ein heteroktonisches Konzept. Und da hat dann einer im Preisgericht, ein Bauer, der im Gemeinderat war, der hat dann die Frage gestellt, hat er gesagt, aber kann man denn sowas bauen? Das war schon eine komplizierte Dachverschneidung, hat es da gegeben, kann man denn sowas bauen? Und dann hat er gesagt, da läuft doch das Wasser rein. Und dann haben alle Fachleute gesagt, versteht doch nichts vom Bauern, natürlich läuft da kein Wasser rein, wir haben alle Konstruktionen, Dichtmittel und wir können alles abdecken und alles lösen. Ja, natürlich ist das Wasser reingelaufen. Und jetzt nach 30 Jahren wird die Schule abgerissen. Nicht nur, weil das Wasser reingelaufen ist, sondern weil die Schule mit technischen Systemen durchzogen ist, die marode sind. Nach 30 Jahren ist das ja nichts Besonderes, aber wenn man es gewusst hätte, dann hätte man es so integriert, dass man es wieder rausnehmen kann und vielleicht austauschen kann. Jetzt geht das nicht so ohne weiteres. Also dieses Schulgebäude wird nach 30 Jahren abgerissen. Und das gibt mir dann zu denken, dass ich sage, was nützt uns jetzt das, wenn wir sehr energiesparend und aktiv plus und was weiß ich alles bauen und wir müssen unsere Häuser dann abreißen, weil sie veränderten, vielleicht veränderten Vorstellungen oder Veränderungen in unserer Gesellschaft nicht mehr gerecht werden. Ich war in Karamanico, das ist in den Abruzzen in Mittelitalien, bei einem Bürgermeister, der sitzt in einem Rathaus, das ist 500 Jahre alt. Dieses Rathaus hat alles mitgemacht, alle Veränderungen. Wurde elektrifiziert, da sind auch arbeitende Leute mit Computern drin, die haben ein Lernsystem, haben alle Kabel da, das Haus hat alles verkraftet. Und wir reißen nach 30 Jahren, reißen wir Häuser ab. Und da frage ich mich, mit was hat denn das zu tun? Und ich glaube, es fehlt verschiedentlich im Bauen eine gewisse Robustheit. Robustheit und über die möchte ich mit Ihnen noch ganz gern reden. Mein Gott, es gibt ja unterschiedliche Gründe, warum man Häuser abreißt. Vielleicht steht gerade eins städtebaulich im Weg. Aber 30 Jahre ist schon relativ früh. Außer wir werden uns klar darüber, dass wir sagen, wir bauen zukünftig so, dass wir es tatsächlich, das könnte ja auch nachhaltig sein, dass wir es tatsächlich nach 30 Jahren abreißen können, um neuen Dingen, auch im Schulbereich, auch Schulen bauen wir so, neue Schulsysteme, neue Lernformen, alles Mögliche, um dem gerecht werden zu können. Oder wir bauen so, dass die Häuser das verkraften, was wir an Wandel in unserer Gesellschaft tatsächlich verkraften müssen. Ich glaube, das sind die zwei Möglichkeiten, müssen wir halt den richtigen Weg letzten Endes finden. Denn wenn wir den nicht finden, dann glaube ich, wird es nicht mehr nachhaltig. Und da können wir rechnen und rechnen und rechnen. Wir sind ja sowieso Rechenmeister. Wir rechnen die Energien aus, alles Mögliche. Wir zertifizieren. Jetzt zertifizieren wir auch die Nachhaltigkeit. Als ob es da was zu zertifizieren gäbe. Natürlich gibt es die Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen. Ich bin auch Mitglied. Wir zertifizieren im Büro auch, weil man einfach manche Dinge, ja, du kannst einfach nicht sagen, das machen wir nicht, weil dann sagen, können sie nicht. Siehst du das? Also, das machen wir auch, wir zertifizieren. Leute, aber nachhaltig ist doch was anderes. Das wäre so, als möchte man Architektur. Hat es übrigens auch schon gegeben, Architektur zertifizieren. Architektur kannst du nicht zertifizieren. Entweder stimmt es und ist gut und kannst anschauen und kannst reingehen oder es ist nicht gut. Aber kannst du nicht sagen, 100 Punkte sind mehr als 90. Und das machen wir momentan. Für mich stellen sich zukünftig zwei Fragen. Jetzt muss ich nur schauen. Wie viel habe ich denn noch? Sagen Sie mir das gleich. Vier Minuten. Okay. Für mich stellen sich zwei Fragen. Wie viel Technik brauchen wir und wie integrieren wir diese technischen Systeme ins Gebäude? Das ist ja alles relativ einfach mit den Dingen, mit denen wir zu tun haben. Nur, wir schaffen es ja nicht mehr mal, einfache Dinge bei unseren Bauabläufen umzusetzen. Wir waren, mein Büro war mit einbezogen in den Neubau des dritten Terminals am Flughafen in München. Und zu den Hauptseiten des Baus waren da ungefähr so 1000 Bauarbeiter auf der Baustelle. Und etwa 100 Leute, die die Bauleitung gemacht haben. Aus unserem Büro waren etwa 20 Leute dort. Und da ist mir Folgendes klar geworden. Es haben sich diese Leute, die diesen Bau errichtet haben, konnten sich nicht mehr verständigen, weil sie unterschiedliche Sprachen gesprochen haben. Es konnte also nicht mehr einer sagen, du pass auf, jetzt leg doch einmal die vier Platten da noch rein, weil ich muss da meine Fassade drüber aufbauen. Nein, das ging nicht. Haben sich nicht mehr verständigen können. Also nicht mehr nur geistig nicht, sondern tatsächlich sprachlich nicht. Und das ist schon ein Problem, das wir da haben. Und mit dem, glaube ich, müssen wir auch zurechtkommen. Und deshalb, glaube ich, ist es umso wichtiger, dass wir uns klar werden, was wir eigentlich mit unseren Gebäuden machen. Wenn ich mir das obere Bild ausschaue, dann ist das ein gutmütiges Gebäude, das man leider heute kaum mehr findet. Keine abgehängte Decke, keinen aufgeständerten Boden. Na, sagt man, ja, das brauchen wir doch alles. Wir müssen doch irgendwo unsere Leitungen unterbringen. Datenleitungen, Elektroleitungen, Heizleitungen, Lüftungsleitungen, Sanit, ja, alles musst du unterbringen. Kannst du doch nicht mehr, kannst du nicht einfach eine freiliegende Decke haben. Doch, könnte man haben. Wenn wir nichts mehr brauchen, dann brauchen wir auch nichts mehr abhängen und nichts mehr aufstellen. Und nichts mehr brauchen tun wir dann, wenn wir so bauen, wie Sie es da oben sehen. Wenn wir also sowas machen, dass ich sage, ich muss einen vernünftigen Fensterflächenanteil haben. Und wenn ich sowas mache, wie der Herr Runden, dass ich abhänge, dass ich dem Gebäude die Gutmütigkeit nehme, dann muss ich das alles ausgleichen. Dann muss ich es ausgleichen durch technische Systeme, durch Steuerungssysteme, durch Regelungssysteme, mit all den Konsequenzen, die das hat. So einfach sind die Dinge. Und ich erzeuge mit der Art des Baus, also gerade mit Speichermassen. Bisher war ja alles fast reduziert, die Energieeinsparung auf Reduzierung des Energieverbrauchs. Leute, wir werden zukünftig, es wird, ich bin überzeugt, es wird alles in Richtung Strom laufen. Also Strom wird der Energieversorgung oder die Energieform der Zukunft sein, weil es mit Strom ein paar Kilowattstunden werden wir schon noch über Biomasse erzeugen. Aber ansonsten wird es Strom sein. Und es wird nicht mehr die Frage sein, wann brauche ich jetzt oder wie viele Kilowattstunden brauche ich über das Jahr. Sondern es wird die Frage sein, welchen Wert hat die Energie und zu welcher Zeit steht sie zur Verfügung. Und wenn wir bauen, so bauen, dass wir mit dem Gebäude auf unterschiedliche Energieangebote und auch auf unterschiedliche Preise, die mit der Energie verbunden sind, wenn wir da drauf reagieren können, einfach reagieren können, indem man sagt, das Gebäude verträgt es, dass ich sechs Stunden oder zwölf Stunden mehr Heizung im Winter völlig wegscheite. Das, wo ich ja sowieso kaum mehr Heizung brauche. Oder auch vielleicht eine Kühlung im Sommer. Wenn das ein Gebäude verträgt, dann nutze ich die Speicherfähigkeit des Gebäudes und kann reagieren auf unterschiedlichste Wertigkeiten des Stroms, der mir zur Verfügung steht, um dieses Gebäude zu beheizen, zu kühlen oder zu lüften. Und das ist mindestens genauso wichtig in der Zukunft, als das, was wir in der Vergangenheit getan haben, nämlich zu versuchen, einen Jahresenergieverbrauch zu reduzieren und unsere Gebäude zu dämmen und zu dämmen und zu dämmen. Und das sieht man jetzt an diesen zwei Bildern, die ich Ihnen zeige. Natürlich, das ist die Vergangenheit. Da hat man im Winter Heizenergie zuführen müssen und auch im Sommer hat man kühlen müssen zum Teil. Wenn Sie richtig bauen, das hat mit Technik gar nichts zu tun, wenn Sie richtig bauen, können Sie das alles zu vermeiden. Und das Bisschen, was da noch übrig bleibt, da schalten das Licht ein und dann können Sie auch ein paar Tage bei minus 10 Grad überbrücken. Also was heißt denn das? Das heißt, wir brauchen all diese Systeme, die wir gebaut haben, jetzt zeige ich Ihnen noch einbieten und dann mache ich Schluss. Also in dem Fenster, da steckt so viel Geist drin. Ein schönes auch noch, finde ich wenigstens. Also wenn Sie sich das anschauen können, wie Sie da lüften können. Jetzt haben wir dieses Fenster, haben wir genommen und haben ein Gebäude mit 100.000 Quadratmeter Bürofläche, haben wir mit solchen Fenstern ausgestattet. Und zwar steht das in Wiesbaden. Und da sehen Sie dieses Fenster. Natürlich schaut es ein bisschen anders aus, aber im Wesentlichen ist es genau das Fenster. Da ist da oben etwas, das kann man aufmachen. Und dann kann man aber auch den ganzen Flügel aufmachen und kann richtig gut durchlüften. Und von innen schaut das so aus. Da kommt da oben Luft rein, da geht auch oben Luft raus, kommt rein, fällt hier runter, da wird es noch. Wir machen das nicht ganz so wie der Dietmar Eberle, dass wir sagen, die Leute verkraften das schon, wenn da keine Luft reinkommt. In unserem Büro machen wir es übrigens so. Das ist nicht ganz so einfach. Wir haben eine Schulung gemacht mit einem Mediziner und der hat unseren, die Leute, da arbeiten ja in unserem Büro, 50 Leute und der hat denen gesagt, Leute, ihr braucht viel weniger Sport betreiben und sowas. Wenn ihr euren ganzen Rhythmus einstellt drauf, dass nicht alles gleich ist, sondern da muss es mal kalt, ein bisschen kälter werden und dann darf es wieder wärmer werden in eurem Haus. Und jetzt lüften wir natürlich. Also das heißt, unsere Baufysiker passen auf, die haben ein CO2-Messer und der fängt zu piepsen an bei 1200 ppm. Das ist relativ niedrig eingestellt. Also das heißt, wir haben schon gute Werte. Dann sausen die los, machen hinten und vorne auf, kommt keine Luft rein, das merkst du sofort, wenn draußen null Grad sind. Merkst du sofort. Du merkst es, jetzt ist irgendwas los. Jetzt tut sich etwas. Ich finde das erfrischend. Es ist wirklich erfrischend. Und nach drei Minuten ist wieder der ganze Spuk vorbei. Da wird alles zugemacht. Und die nächste Stunde oder eineinhalb Stunden ist das wieder völlig ausreichend. Da haben wir wieder frische Luft in unserem Gebäude drin. Und das ist schon verfeinert. Aber es ist, da haben wir nämlich schon eine natürliche Grundlüftung. Ich zeige Ihnen das und sage Ihnen das, weil ich der Meinung bin, das ist der völlig verkehrte Weg, den wir gehen. Dass wir jetzt in alle unsere Wohnhäuser mechanische Bio- und Entlüftungen einbauen, in alle unsere Schulen mechanische Bio- und Entlüftungen. Nur weil irgendwelche Politiker glauben, oder weil die Industrie natürlich Dinge verkaufen möchte, ist ja klar, aber auch Politiker glauben, ein Passivhaus ist nach wie vor das Beste, was man machen kann. Das ist ja ein echter Glauben, den die haben, weil sie sagen, das ist energetisch das Beste. Diese Richtung war schon einmal richtig, aber jetzt müssen wir nachdenken, ob sie in der Zukunft noch die richtige ist. Und da habe ich so meine Zweifel, weil das zu extrem wird. Das erfordert auch Konstruktionen, die aufwendig sind, wo sie an einem Haus auch nichts mehr verändern können, wo sie nichts mehr umbauen können. Und dann durchziehen wir es noch mit technischen Systemen, um Energie zu sparen. Und das hat mit Nachhaltigkeit nichts mehr zu tun. Jetzt höre ich auf. Dankeschön, dass Sie mir zugehört haben. Applaus 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 Vielen Dank.